Ja, kleine runde Herlen. In den Niederlanden sind die Läden ja jetzt wieder offen. Aber auch hier jetzt QR-Code. Dann kommt nirgendwo mehr rein ohne den QR-Code. Die Leute bestellen sich aber draußen was und mein Weg führt mich zu dieser kleinen vietnamesischen Lumpia, dieser Stand. Die haben meiner Meinung nach die allerbesten vietnamesischen Lumpias. Das ist eine ältere Frau, also Frühlingsrolle. Die macht die seit Jahren und die sind so lecker. Sie sehen hier Fußgängerzone in Herlen und es ist ganz viel leer und ganz viel ist geschlossen. Hier, das ist die andere Fußgängerzone. Nix los, obwohl jetzt alles wieder offen hat. Es ist eine trostlose Stadt geworden. Ganz viel leer, ganz viel zu vermieten. Ja. So, und ich war gerade schon mal hier. Jetzt komme ich nochmal. Das hat die Dame. Die hat gut zu tun, wirklich gut zu tun. Aber ist auch Qualität. Hallo, ich meine noches. Noches, zwei, vier Stück. Ja, ähnliche Säuse und ähnliche Säuse können die in den Sack hier tun. Bedankt. Also vier Lumpias. Und die anderen vier nehme ich mit. Die sind klein, aber super, super lecker. Nur, dass sie sehen, so sieht es hier aus. Ja, nicht besonders schön, aber ich bin ja immer positiv. Auch grauer Himmel kann ja schön sein. Hier sehen Sie auch da ein Tekop-Schild. Hier auch Tekop, das rote Haus da drüben. Und in der Stadt hier habe ich auch schon ganz viel gesehen, wo das Tekop ist. Hier auch. Die Weihnachtsdeko hängt noch. Die Weihnachtsdeko hängt noch. Gleich zweiプsteren. Vielen Dank.